Oh mein Gott, oh mein Gott, ah, er ist hässlich, ah, nein, nein, ich fall runter, nein, geh weg, ah, geh weg, Alter, weißt du, wie scheiße der aussieht, ey, das ist jetzt Dragon Ball, auf seine Augen, dann sieht er nix, hallo, äh, was, schlag einmal seine Augen, ah, der schlagt es aus, schlag seine Augen, nein, 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 geh weg, rück dich, ah, Wieso, du musst dich drüht halten, ne, ah, dein Arsch, nein, er hat mich, nein, Mann, geh weg, ich bin in Pause, so, jetzt hätte ich dir zum Beispiel, wenn ich noch gelöst hätte, hätte ich dir wiederbeleben können, Hallo, herzlich willkommen zu einem Let's Play, ui, okay, okay, zu einem Let's Play, äh, Attack on Titan, oder ist er, ja, was? The Tribate Game, The Tribate Game, ah, Alter, ist das laut, das ist so laut, also wenn es zu laut ist, tut es, äh, ihr sehr leid, sie kann an der Schirrung nix ändern, Oh, ich glaube, ich, äh, muss dich noch ein bisschen lauter dann machen, wo bist du? Ich bin auch hier unten, denn, ähm, ich spiel dieses Spiel gerade zum ersten Mal, und, äh, bin sehr scheiße extrem, wie man gerade eben gesehen hat, Ich zahl den bei anderengariert auch zum ersten Mal, aber ich hab halt von, Alter, dieses Scheißdinger, ungefähr, ne halbe Stunde, ja, eine halbe Stunde, du hast ne forthnot geschaut, und danach haben wir geklappt, ne, das ist nebenbei angemerkt ein Browser Game für die euch noch nicht wissen finde ich persönlich ziemlich erstaunlich was so ein Browser Game heutzutage alles hermachen kann ja in diesem Spiel müssen wir wie in Attack on Titan also ich hab den Anime noch nie gesehen ohne dass wir zusammenmerken wir wissen von dem Anime wir wollen ihn auch gucken aber irgendwie kommen wir nicht dazu ne ich wollte ihn schon immer gucken ich weiß nicht alle gucken es und denken so ja du musst es gucken als Anime-Fans muss es schauen der geht ja auch die Erwartungen zu hoch das ist auch noch so eine Sache dass ich ihn eher nicht so grad schauen möchte auch wenn ich ihn gerne machen würde in diesem Spiel müssen wir die Heiz töten ja das sagt doch schon alles das sagt einfach alles das ist das gesamte Prinzip ich weiß ja nicht wie der Anime so ist aber ich glaube das ist es genau so also ich muss sagen der Zeichen ist so ein gewöhnungsbedürftig du musst ein bisschen lauter reden glaube ich wegen diese DINGER SITZU LAUT also ich muss sagen der Art Stil ich persönlich finde ihn gewöhnungsbedürftig das ist halt altes ich finde nein der ist neu ich finde er ist knuffig irgendwie ich finde diesen Grafikstil knuffig bei alt würde ich das noch nicht mal bei alt würde ich komplett ausrasten wenn das eine alte ein alter Art Stil wäre also bitte also ich finde es voll knuffig vor allem wo bist du ich bin gerade mal 4-5 Dächer geflattert ich gehe mal auf den schwarzen da hinten äh ah ja ja klar also äh ich röpste nicht da ist der nächste Mikrofon rein lecker also muss man mal sagen ich finde eigentlich den Stil ganz schön ich mag den Stil von äh den Look von diesem Spiel hier ja das meinte ich ja ich finde es auch voll niedlich irgendwie voll finde ich auch sehr interessant dass unsere Charakter haben keine kein Mund ja das ist ja halt vereinfachtung halber würde ich mal das schätzen äh ey das ist ein weißer Rieger okay so wer geht als erstes der hat uns anvisiert also ich würde sagen wieder ich lenke ab und du versuchst ihn mal zu töten ähm hab ich irgendwie ne Weizwaffe äh ich weiß es nicht ja ich hab ihn geblendet ich hab hiss mich ich hab hiss mich ich seh nix NEIN AHH SEIN ARSCH oh mein Gott oh mein Gott AHH AHH ich bin an seinem Schniedelwuss ich hab ihn erwischt ich bin an seinem Schniedelwuss ich bin an seinem Schniedelwuss oh mein Gott oh mein Gott es war so schrecklich ich hab Dinge gesehen von denen ich nicht mehr reden möchte oh mein Gott oh mein Gott ich liebe diese Schmiedelwuss oh mein Gott ich möchte nicht darüber reden oh mein Gott das geht nie wieder aus meinem Kopf oh mein Gott das hat sich auf mich drauf gehockt vor allem noch wo gehst du hin ich bin wie auf die Dächern ich geh zu dem weißer Rieger wo ist denn dein Dächer Rieger? der ist da oh mein Gott hier ist ein Miniatur Titan ach da ist sie ein alter Schnacker oh mein Gott oh mein Gott ich möchte anmerken man kann über die gesamte Map gepfeffert werden irgendwie hab ich auch noch bei ähm hab ich gesehen dass wir auch irgendwie uns verwandeln können war da nicht irgendwie sowas? äh nein das nein nein ich glaub nicht das war ich bin mal weißhaarig dann auch als Zeiten spielen kann glaub ich ich bin mir ja nicht so 100 oh mein ja da ist er da hinten ist übrigens so ein kleiner Mini-Ding den kann jeder alter der macht solche Geräusche die sind alter das tut meinen Ohren weh ich hol die Spasti jetzt um oh mein Gott er ist die mich ah nein nein ich hab ja oh mein Gott ich seh nicht so ich hab den kleinen äh spack aber was nein er hat mich nein 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 tu's nicht man nein lecker hab ich dir geholfen nein hast du nicht oh nein ich hab ihn ge... oh nein lass mich in Ruhe das okay merke weißhaarige Titans sind böse sehr böse wenigstens hat mir zwei Titans erwischt ähm so geht's weiter komm wir machen mal was ganz lustiges und das wäre warte ich hast du das hier was das was ich eben gemacht habe was hast du gemacht Junge ich kann doch nicht mal auf Dächern richtig gehen hä wie machst du das hä äh auf shift ich mach... mach's bei letters die ganze Zeit auf letters hast du das? ja ich habe das... ich hab das total... ich hab's mal geschafft äh indem ich mich da oben dran gehaftet habe als ich bis nach ganz hinten ans andere Ende der Mauer geflogen bin oh ey das hasste ich so sehr Hallo! Was machst du da? Wuhuuu! Das ist besser als... Keine Ahnung! Besser als alles! Wow! Grund weg ist er. So. Ah! Ein Blondie! Schon wieder! Der Blondie hat mich gesehen! Was willst du? Oh! Kopfnuss! Was willst du? Oh! Kopfnuss! Was willst du? Oh! Kopfnuss! Ist er tot? Ich möchte nochmal anmerken, das ist... Ja, ich hab ihn erwischt. Ich möchte nochmal anmerken, das ist das erste Mal, dass ich zocke. Also der erste Tag, an dem ich zocke. Creeper, man fliegt einfach mal so da hin und auf einmal ist wieder ein fetter, riesengroßer, blondender Typ. Ja, ich weiß, dass der Titan heißt, trotzdem sag ich. Ich möchte übrigens anmerken, die Übersetzung auf dem Google Übersetzer ist für den Google Übersetzer ziemlich gut. Was denn? Angriff auf Titan. Oh shit! Den, denk ich nicht, denk ich nicht. Also, als könntest du das jetzt nicht selbst übersetzen, mal ganz ernsthaft. Nee, das ist ne, das ist eine Wort-Wort-Übersetzung. Ach so. Für den Google Übersetzer ist das eine ziemlich gute Übersetzung, jedoch. Noch einen hab ich umgennetet. Wo bist denn du? Du kannst Action mit der Kante aufgenommen. Was? Ja, ich... Tot mir leid, die Action! Ich hätte sie aufnehmen müssen. Ja, guck mal, ich häng mich am jeden verpickten Haus fest. Wo bist denn du? Ah, da hinten. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Also, wir verstehen uns sehr gut. Hä? Ich dachte, er hat mir vorbeigeflitzt? Nein! Als könnte ich das. Ich... Es wird das sein können, dass man Skill entwickelt hätte. Irgendwie sowas. Geh weg! Wow! Oh mein Gott, ich seh's! Oh shit! Derweil ist meine Waffe leer. Und das musste ich nachladen. So. Jetzt, klar! Ich hab kein Bildschimmer, wo ich grad bin. Ich will's auch gar nicht genau wissen. Ha! Du hast ihn erwischt! Hahaha! Guck jetzt drauf! Applaus, Applaus! Für meinen Skill! Für diesen Skill? Ohne scheiß Applaus! Wow! Also, das werdet ihr nie wiedersehen. Mit so'n geilen Kampf! Hahaha! Ihr werdet allgemein nicht wiedersehen. Das ist immer auch so excited. Schlipp voll. Der Schirrend! Ach, ha-ho! Das ist die Wahrheit! Ohohohohoho! Ey, da ist doch einer! Ich hab' ihn gesehen grad! Wo? Da drüben, irgendwo. Und schon liegt der Grippermann im nächsten Haus. Äh, wo ist denn der? Ich hab's doch grad einen gesehen! Oh mein Gott! Der steht hinter dir! Ja, ja, ja. Könnte doch möglich sein! Ja! So, wir haben vier Titanen gekillt. Geil! Drei! Vier! Ja! Wir sind noch so sieben übrig. Oh! 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 Wie sehrt ihr die Titanen benutzt? Ahhhhhhh! Oh nein, oh nein. Wui jo. Oh mein Gott! Nein, geh weg von mir. Los, Kevin. Töte es. Los. Oh, er ist tot. Oh, jo, Alter. Wir sind so gut. Ja. Ja. Jetta. Ah, da ist noch einer. Ja. Und der sitzt gerade. Jetzt ist er aufgeschaltet. Oh nein. Ich bin an die Wand geflogen. Na, du hättest ja auch, Typ. Was ist denn? So wirr. Nein, noch mehr. Ich glaube, der Küche war ein Stück, weiß. Oh, ich hab das getan. Oh, Gott. Oh, er ist tot. Schon wieder. Ja. Noch sechs Leben bei mir. Fünf Leben noch. Ah, jetzt hat es geändert. Ja, die... Das ändert sich meistens, wenn die Titans zwar ploppen. Wo ist denn die? Gerade mal kurz. Versuchen wir mal, hier irgendwie hochzukommen. So. So. Jetzt ist er noch in den Ausblick. Oh, jetzt ist er schon wieder dort. Ähm. Ah, da hinten ist einer. Warte. Oh, da hinten sind zwei. Wo bist du? Alter, wie schnell bist du? Äh, ich hab die Steuerung gelernt. Ich hatte nichts die Möglichkeit. Ich gehe in der Luft schon hin, nicht zu bleiben. Oh mein Gott, mein Herz. Langsam wird's was. Leute, ich krieg's halt... Hä, haben wir einen Wassertank oder irgendwie sowas? Ja. Oh. Schau, den musst du schon lange so aufladen. Ah, okay, ich versteh jetzt die Anzeige da unten. Ja. Ich versteh die jetzt. Ähm, sag mal, siehst du noch einen Titan? Ja. Ja, ich bin hier und da sind zwei Titan. Ah. Ich bin hier in der Gasse. Oh Gott, ich hab ihn erwischt. Wo bist du denn? Er ist blind. Wo bist du denn? Bild um sich. Ich bin hier in der Gasse. Ja. Wow, eine Gasse. Oh nein. Als Gelb ist das natürlich zu vieler. Alter, sieht der scheiße aus. Bist du denn? Nein, 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 nein. So. Ach, da bist du. Okay, langsam ist mein Wassertank, Claire. Oder irgendwas auch immer. Nein. Bist du auf den... Wo bist du? Nein, er hat mich. Nein. Nein. Lass dich. Nein, bitte nicht. Nein. Fuck. Nein. Ich hatte auch. Wir sind mal so nah dran. Naja, wir können noch mal... Ich glaube, wie lange nehmen wir jetzt auf? Äh, das musst du essen. Hey, Alter, du lachst ja schon fast wie den Schiff. Weißt du was? Wir beenden einfach mal. Soll ja auch letztlich kein Stunden-Let's-Play sein. So. Wirst du noch irgendwas Cooles aufführen? Warte ich mal noch im Screenshot. So. Weg, Marta. Äh, war zur falsche Taste. Okay. Ähm, kannst du es mal lassen? Okay, das war sowieso schon gut. Okay. Ja, da hat jemand wohl sein... Ich lebe dieses Game! Okay, damit wenden wir einfach mal die Aufnahme. Tja. Noch was? Uiua! Ciao.